hallo ist martin von meinem bank ist dass die dachsanalyse für nun mittwoch den 22 november 2023 und hier kann ja mal jemand anstupsen den guten das gibt uns hat nicht so ganz gut getan weder hat sie getötet noch hat sie jetzt hier aufgepäppelt dass man ein bisschen bärische aktivität zeigt der einfach eingepennt unser dax und so sieht die tageskarte auch aus das haben schon vorher am vortag gesagt dass das eine inside dwe war ja ja in der vortag ist spannende war das ist auch nicht das ist auch eine inside kerze also ja es ist eine rote kerze ist die zweite rote tageskarte im gesamten november aber halleluja ist das ein kribbelding also das ist so klein und signalarm das braucht man eigentlich gar nicht drüber sprechen damit bleibt alles unverändert alles unverändert wir haben die gleichen punkte unten wir haben die gleichen punkte oben können eigentlich das video von gestern copy paste hier einfach noch mal reinhängen ich versuche deswegen einfach in kurz gehen wir über 15 59 hammer platz bis 15 89 bis 16 20 zone 1 zone 2 dann 16 1 20 16 1 40 und zone 3 geht ab 16 2 20 bis 16 2 60 los kernpunkt dabei die 2 45 der offene gelbklus der dort noch raus steht das wäre wenn unser dax zur stärke zeigt zur stärke neigt sich am mittwoch hier aufgerabbel kriegt weiter oben raus geht sollte nicht weiter rausgehen und uns unter 8 60 wegrechnen er sollte auch wirklich unter 8 60 8 50 da drunter nur da dran stoßen wieder nach oben zählt nicht muss wirklich drunter und dann auch von unten sich von der 8 60 abstoßen oder mindestens mal von 900 und sich nach unten abstoßen gelingt ihm das macht er nach unten bewegungsspielraum auf dabei bleiben wir weiterhin bei 867 wir bleiben bei 800 67 680 700 6 was ist das hier 625 600 und 5 60 650 feilt die war noch wichtig jetzt habe ich überlegt ja genau es war die 7 60 es war die 700 und dann die 6 60 650 das alte hoch wenn ich hier war die 200 taglinie war es genau nicht das alte hoch sondern die 200 taglinie war es also das sind die unteren punkte und dann aber auch bis 65 55 hat er platz hier bis zum beginn der kerze und das wären erstmal die ersten anlaufziele bis dahin durfte es alles noch ein bisschen entspannt sein flockiger auf der shortseite wird der erste runter also unter 55 kriegt er da ein bisschen bisschen mehr drei rein und wird dann sportlicher auch na also gerade so eine strecke von hier nach hier unten die würde dann eben ordentlich knistern aber er muss eben auch erstmal die ganzen widerstände und unterstützung hier vor allen dingen herausgenommen bekommen und das fängt an mit einem unterbieten von 8 60 8 50 das muss erst mal bringen vorher würde ich mir noch nicht so viel hoffnung auf short machen denn einfach flach zur seite auf der auf einem recht hohen niveau ist oft auch einfach ein indikator dafür dass das hoch noch nicht ausreicht und dann noch mal ein tipp oben drauf kommt oder ein schwapp gut punkt belastung dabei wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss